Schmutz auf den Leinwänden, Howard Siem bei den Hofer Filmtagen. Mein Film Finding Planet Porno läuft hier beim 58. internationalen Hofer Filmfest. Und mit dazu gibt es eine Retrospektive des Regisseurs Howard Siem, der Protagonist meiner Dokumentation, ein Porno-Pionier der ersten Stunde. Ich finde das wahnsinnig toll, dass wir hier in den Hofer Filmtagen diesen Film als Deutschlandpremiere zeigen können. Das ist natürlich ein Wahnsinnsrahmen und es ist, finde ich, toll, dass Howard mit seinen Filmen hier auch so ein bisschen die Leinwand erobern kann. Ein sehr ungewöhnlicher Mann, der mit seinen sehr expliziten Filmen auch immer mit sehr viel Witz und Cleverness Amerika und den Zeitgeist kommentiert hat, der aber auch mit sehr viel rebellischem Geist den Sex auf die Leinwand gebracht hat. In meinem Film lernt man ihn persönlich kennen und über ihn erfahren wir dann was über eine Zeit, in der es ganz, ganz viele gesellschaftliche und politische Umbrüche gab. In meinem Film lernt man ihn auf die Leinwand, in der es ganz, 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 ganz. Ich bin stolz, dass wir durchgehalten haben, sieben Jahre, dass wir es geschafft haben, einen Film zu machen, der auf jeden Fall anschaubar ist. Ich bin Cutter, ich bin nie zufrieden. Ich würde immer was rausschneiden. Es kann immer noch kürzer sein, es kann immer noch besser sein. Aber ja, ich bin stolz auf den Film, auf jeden Fall. Tatsächlich an exakt diesem Tag, an dem ich das E-Mail gekriegt habe von den Hofer Filmtagen, dass unser Dokumentarfilm hier akzeptiert wurde. Das ist der Tag, an dem Howard Sieben gestorben ist. Und es ist natürlich sehr schade, dass er das nicht erleben kann, dass ich ihn nicht anrufen konnte und sagen konnte, Howard, die feiern dich hier mit einer Retrospektive. Es kann aber auch sein, dass er es mir gar nicht geglaubt hätte. Before we went out and talked about all the filth he had made, he took us to a car wash to get his car cleaned. Also Howard Sieben ist ein Regisseur, der extrem gut nach Hof passt, weil Hans Badewitz, der Gründer der Hofer Filmtage, immer schon Filme gezeigt hat, die expliziter verschiedene Situationen gezeigt haben. Und deswegen, ich glaube, es lag mehr oder weniger auf der Hand, eine Retro von Howard Sieben hier auf den Hofer Filmtagen zu zeigen. Wir freuen uns ja, dass ich in diesem Jahr die Ehre habe, die Retrospektive zu materieren, weil die es in diesem Jahr besonders geil im wahrsten Sinne des Wortes ist. Ich darf ihn viel Spaß wünschen mit dieser sehr schönen Zeitgeist-Satire, diesem wahnwitzigen, kosmischen Abenteuer. Und nach dem Erfolg, den ihn dann der Sporte geschert hat, hat er dann sechs weitere dort pornografische Filme gemacht, die dann ein bisschen wieder auf seine Anfangszeit zurückgehen. Hardcore-Pornografie, also explizite Filme, wo man wirklich alles auf die Leinwand gezerrt kriegt. Ich freue mich sehr, dass Sie mit uns hier auf diese Reise gehen zu Flashboarden 2. Ich nehme an, der eine oder andere war in Flashboarden 1 und will jetzt diese wilde, wahnsinnige, wüste Fortsetzung. Wir sagen vielleicht noch, dass es eine originale 35mm-Kopie ist, die Sie jetzt sehen werden und wir hoffen, dass es durchläuft. Ich habe vorher heute Nachmittag erst gerade eine Nachricht vom Produzenten Maurice Smith gekriegt, der auch gesagt hat, er hätte ja total gern hier dabei gewesen und freut sich so sehr, dass der Film auch wieder entdeckt werden kann und dass Leute ihn auch wieder feiern können und das Werk von Howard Sieben wieder feiern können. Ich finde das auch fantastisch. Howard wäre sehr bewegt. Ja, also das war natürlich eine total tolle Zeit, mit Christian zusammen die Retro zu zeigen. Und Christian ist ja ein toller Geschichtenerzähler, der kann einfach so spannende Sachen erzählen. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Christian Gänzel. Ich glaube, dass hier immer wieder auf den Hofer Filmtagen solche Filme laufen werden. Dafür ist ja Hof bekannt und ich wünsche auf alle Fälle dem Film von Christian ganz viel Glück und ich hoffe, dass die Howard Sieben-Filme auch noch weiterhin oft gesehen werden. Und ich freue mich sehr, dass Sie Spaß hatten und für Howard Sieben feiern konnten. Und ich freue mich auch wirklich darauf, hier wieder herzukommen. Entweder mit einem neuen Film oder einfach als jemand, der dann in diese Festivalatmosphäre eintaufen will. Und ich freue mich. Vielen Dank.